Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Töni. Wir sind hier gerade in unserem, auf unserem, ähm, Infirmary Spire. Dachte ich, Mountain Spire? Das stimmt doch gar nicht. Wir sind hier definitiv nicht auf dem Mountain Spire Spiel. Whatever. Ähm, wir haben doch ein Rezept, was wir hier, äh, oder? Äh, du, du hier. Bla, bla, bla. Wow. Ganz Menge Kram. Na gut. Aber hatten wir nicht... Ach nee, das müssen wir erst an der Library erforschen. Wer warst du eigentlich? Äh, pay is sickly weak. I give you a fortnight unless you balance... Ah, ja gut, die mag uns nicht mehr. Ja, gut, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir haben ja alle ihre Landsleute ermordet. Ähm, also, bis auf eine, äh. Und, und sie lebt auch noch. Also, zwei vielleicht. Äh, wo, 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 wo? Hier müssen wir hin, ne? Wir sind das erst an forschen, glaube ich. Ne, Status of Research, I would say I made great progress, okay, was hast du erforscht? Potion Recipe, Drug Recipe, ist das, was wir gefunden haben? Achso, das Research, ach ihr seid noch nicht fertig, ah, okay, wie lange braucht er denn noch? Okay, gut, das dauert dann noch, mhm. Die Spurvado dauert auch noch, na gut, dann kann man das auch einfach nochmal nach hinten verschieben und begeben uns deswegen dann erstmal, das Aufsteigen habe ich erledigt, nach Trappers Junction. Haben wir ja noch Business zu erledigen. Ähm, achso, beim Aufsteigen, ich weiß gar nicht, du bist glaube ich aufgestiegen, dir habe ich, äh, das hier gegeben, äh, äh, Area, Area, Area of Nightmares, ähm, benutzt ja sowieso immer nur die Area of Pain, aber egal. Äh, äh, okay, mehr Kram, achso, den Kram hätte ich mal verkaufen sollen. Wisst ihr was, das mache ich noch schnell, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder, ähm, Kram verkauft, ich habe der guten Zür noch noch eine etwas bessere Rüstung angezogen, die eigentlich in allen Punkten besser ist als die, die sie anhatte. Äh, komm, wir anfangen, den Kram hier einzusammeln. Oh, da hast du bestimmt erstmal was zu sagen. You spot a soldier lying in a slump. Uh, through the mud and blood caked on his tethered garb, you can make out the colors of Insignia of the Unbroken. Oh, da lebt noch einer. He farts to pain with each of his ragged breath. As you approach, he shifts his head slightly towards you, but does not appear to have the strength to look up. The only ones traveling this way could be those who brought down Duskwatch. Üh, das waren wir, glaube ich. Klover, if that's you, then I'll die with a curse on my lips. So, this is it, is it then. Just kill me quickly, I'm in no state to continue on like this. Um. What happened here? The Scarlet Chorus. They've been driving us across this wasteland, pressing their attack at every turn. Looks like they finally got us cornered in this pass. Hmm, jetzt beim Duskwatch waren das nicht die, äh, disfavored? Uh-huh, okay. Oh, whatever. Uh, I was part of the first line of defense. When my comrades got wiped out, the chorus went on through. I thought myself lucky they didn't check for survivors. After a few hours, I started to change my mind. Uh, pressing questions. I don't have much time to regal you with... Tales of stalwart history, I'm afraid. I'd rather spend these last moments remembering the true color of the sky. Uh, move this. The Dings is weg. Their curse at Dings edict. I suppose I'll leave you be done. Uh, yeah. Uh, okay. Okay. was zur hölle ist das denn old water vielleicht gar nicht schlecht ist mal im kopf behalten dass du sowas haben kannst du das mal kriegen so kann der mutter unbezogen hier fand die unbrocken kämpfe gut haben wir alles von ihm erfahren die haben wir nicht mehr die toten hier ausgeplündert das aber sehr nachlässig da stehen ein paar da stehen auch ein paar gucken wir erstmal hier ja schon was rotes sehen dann gut tag wer seid ihr denn oh äh scarlet kohls wie schön äh wer hat ne ja ja äh mach ma feuerball ja 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 ok tot 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 den kriegen wir jetzt wohl auch kaputt äh wie viele stehen hier noch? einer ja du da rauf du rauf den an du rauf den du rauf auf den du rauf auch auf den Lofas Werdner kann schon wieder aufstehen das ist der heißenste Mann level 17 wann hört das denn auf? nö in der Tat ok let's try and touch sandals ne whatever ok Du kannst das nicht tun. Streaks of sand and rust cover her worn arme and without skin. Retreats on an broken lands? Everyone who comes to Traverse Junction these days is involved in the war somehow. State your intentions, I'm not above killing you just to be safe. Ihr seid hier so ein bisschen aus wie... Ihr seht alle gleich aus. Wisst ihr das nicht... Das sind die beiden, ich dachte das wär verse. The soldier glared at you with a intensity purpose. I'm looking for the Dauntless blade, heard of it? Have I heard of it? Dauntless is the only storied weapon of our people. Generations of stalwart champions yielded it across hundreds of battles. But I suppose our history doesn't mean much if you're in league with Kairos. Matthias, we got trouble. Was? Suchen wir dich nicht? Dich suchen wir doch. Erste ruhig Zeit. The unbroken fighter looks pale and worn. His demeanor has begun to show the horrors he's witnessed. But he wears every sky and concerned twitch with the veteran's dignity. Matthias, captain of these troops here on Traverse Junction and to the whole of the unbroken. He looks you up and down nodding as some truth comes together in his mind. Even this far south we hear of Thunon's agent who broke the siege at Vendrian's well. If you've come to make history repeat itself, then allow me to correct you. The unbroken will not lie down as easily as the Vendrian guard. What's your status here? You expect me to offer up some advantage for you to exploit? I think not. Fade by now. There is a detachment of Scarlet Chorus nearby. None of us is wearing the voices of Nerrod's sigil. That should tell you plenty about our current status. If you expect to learn anything about our strength or tactics, then feel free to draw iron. We don't cooperate with Kairos's pet minions. Not the Chorus and not you. Stay up late. I'm just here looking for Dauntless. Then your principles don't extend any farther than those of a grave robber. I can respect the patriot, even one who doesn't understand the magnitude of the atrocities, but you've stripped this war of any dignity it might have had. After everything I've heard of you. Well, I expected more. Whatever. We just want to take your artifact away from you. Then it's locked. The unbroken may be backed into a corner, but we still have some fight left in us. Enough to stand tall and fight for Star Wars traditions. Okay. You are out! Oh, good. This... Oh, there's a whole bunch here. Was... Wer... Wer... Wer zaubert hier? Äh... False Pit. Hm. Rust Bomb. Das klingt doch alles nicht so nett. Was ist denn das hier für ein schöner Zauber, der da... Activate... Fireball? Nee. Ist das Bane of Night? Hm. Flashfire? Okay. Whatever. Ähm... Ja... 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 Also... Machen wir erstmal... Einen entspannenden Fireball... Und du... Entspannenden... Rhymespike... Und dann schauen wir mal. Mh-hm. So, näher ran. Nee. Kannst du da näher ran? Nee. Warum? Wenn du da im Weg stehst, geh du da mal näher ran. So... Dann können wir hier noch ein bisschen... Okay... Und... Ach, du singst noch gar nicht. Na gut, dann... Zaubert hast du auch schon. Dann macht erstmal nix. Dann macht Werdner nochmal was. Ach, da liegt noch einer. Die haben echt keine Schu... Gut, war das denn da? War das... Moment. Combat Lock. Embodied Nightmare. What zur Hölle? Was war Embodied Nightmare? Äh... Ja... Wo kommt der her? Ist das das, was Syrien macht? Hier ist der Embodied Nightmare... Ban of Nights Dancer... Ja, ja, das ist nicht so weiter wild. Embodied Nightmare... ... ... ... ... ... ... ... Wo kommt der her? Embodied Nightmare Da ist er Okay, dann müssen wir so machen Achso, du kannst ja zwei Dinge singen Können wir das irgendwie Ah, hier Das ist, also Auf Nightmare habe ich nicht mitgekriegt, wie das aktiviert wurde Okay, äh Embodied Nightmare, gut, dann macht er irgendwas Ja, haben wir ja gesehen Äh Zusätzlicher Gegner für den Für die Gegner, also Sag ich ja nicht schlecht, ähm, was haben wir hier? Annihilation Executionist Blade, okay Äh, eine Broken Axe Okay Ja, aber so richtig, ähm Hm Es hat schon Metalles, ja, Metalles haben wir gefunden Aber der hat irgendwie, der ist irgendwie abgelebt Äh Hm Und hier ist nix Liegt hier noch irgendwo was rum Geht doch mal aus dem Weg Ne, sieht nicht so aus Okay Camping Supplies Braucht kein Mensch It looks uncomfortable There is no doubt that this worst-covered makeshift tent can survive the worst weather Yeah, yeah Aha Wenn das mal keine Falle ist Okay, da sind noch mehr Na gut Your days End hier God, ich hab echt so überhaupt keine Chance Das ist echt Naja Äh Ja, komm Hau weg So, wie ist denn dieser Embodied Nightmare So, oh, oh, oh Äh 116 Dodge 116 Parry Und Jens Nicht wirklich viel Armor Okay Na gut Gut Ist vor allem ein weiblicher Embodied Nightmare So, wie es aussieht Okay Äh Wir müssen mal hier wieder auf den Kampf achten Äh Müssen wir hier irgendwas machen Ja, komm Hier Ach, okay, Leute Wohohoho Irgendwas haben wir hier gerade gewonnen Ich weiß ja nicht was War das noch mehr? Ja, gleich, gleich Schätzchen Ähm Das ist echt ein Geschlechter Oh, das ist Embodied Nightmare Äh Terrorized Critical Hits Splashing Embodied Nightmare Graces Der ist irgendwie gestorben hier Einfach nur, weil Äh, wir sind Feat Absorbs Damage Jetzt kriegst du Götteswein, Götteswein Passiert so viel Naja Okay Haben wir es Sind wir jetzt durch hier? Ja Alles gut So, da können wir jetzt einmal Äh Mehr Kram Okay Warum seid ihr alle so langsam? Ah, wo wir hobbelt sind Okay Hm, hm Ne, das hört ja mal kurz In kürzer Zeit wieder auf Äh So Fresh Food Und Water So, warum haben wir denn hier You encountered mortally wounded Ne, ne, ne Set your bodies You have killed for possible lead Ja Vielleicht Vielleicht hätten wir vorher auch einfach mal Noch was fragen können Aber ne Wir Okay, da haben wir Glücklicherweise finden wir auch genau das Was wir brauchen Faced Old Walls Okay Was ist das hier Irrentis Ja, ich glaube das war einer der Typen Auf die wir da eingeprügelt haben These notes are hastily scribbled and show ten years given literacy They describe the relentless conscription efforts of a Scarlet Coase gang as they chase the unbroken across the blade grave The notes include many references to Dauntless a relic sword of the unbroken and many ill-fated attempts to find the blade There are some crude drawings that resemble a map of the blade grave with a sword drawn on the eastern section of the old walls What's all this then Infested old walls Das klingt nach was anderem Okay So, haben wir sonst noch irgendwas? Das war ja Ach, da ist Loot Okay Da kommen wir hier nicht hin Weil da können wir nicht rüberklettern Finden wir hier noch was Nee Da sind wir lang Dann gehen wir jetzt hier lang Die Schilds sind an Und dann die Outside und Merkschrift Tent Okay, ja So kann man auch ein Tent bauen Ach, da kannst du auch schon wieder aufsteigen Was ist das? Also Schild 17 Meine Güte Das sind schon drei Level Ja, aber gut Ihr macht auch einfach mehr Mehr Bums Mit euren Zaubern War schon drei Level Vorsprung Okay So, was haben wir hier noch? Ei, 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 ei Ups Du wolltest noch irgendwas sagen Da sind wir aber leider nicht viel gekommen Weil ich zu blöd war Ähm Und stattdessen lieber in eine Falle gelaufen bin Nee, mach mal Mach das mal anders Da hin Und mach mal das Und Landtree Okay Er hat schon Feuerwehr gemacht Dann mach auch mal das Ähm Area of pain Und Du kommst da nicht durch Landtree, kommst du da weg? Okay, dann bring den doch mal bitte um da So Nachdem das erledigt ist Machen wir das Und Und Die Schreien immer so Als würden sie brennen Ups Ja, sie brennen ja auch Ähm Okay Ähm Wieso kannst du da So geht das Ähm Du machst Das Dahin Na komm mal Okay So, hier finden wir Ähm Jagged Remedies Thirst And Rage to kill Burp the wicked looking blade Für deine Sammlung Orders This missive is written In a shaky But impassionate scroll That left deep Creases Creases In the parchment Remedy The unbroken Have been most troublesome For Ash And his inbred legion Invite as many Of their number To join a song As you can Pay special attention To their leader Matthias Deceased And bring him to Cacophony In one piece This is Cacophony Schon wieder We know how you love to put into To cut into tendons And play the puppeteer But humor is this once With your restraint Your adoring leader Okay Ach das waren Warn das Scarlet Chorus Okay Ein Fisch Und so Irgendwas hier Irgendwas versteckt Armon Supply Is clearly belonging To the unbroken I've strewn about It is hard To tell If the red Red accents Are from blood Or cause war paint Okay Okay Haben wir hier alles Befriedet So wie es aussieht Äh Okay Okay Hier waren wir auch schon Ja Halt, 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 halt Oh Hier haben wir noch ein paar Noch ein paar Scarlet Furys Äh Guten Tag Was sind wir denn mit hier Dieses kleine Stimmchen Destroy them Ach du bist auch ein Leveler aufgestiegen Ach das ist ja alles furchtbar Äh So Also dadurch dass Verse immer so schnell Vorne steht Und die Wege blockiert Die ist besser als jeder Tank Ähm Haben wir die Gegner mal genau da Wo wir sie haben wollen Also das ist wirklich Richtig gut Dann kann Landry in aller Ruhe Hier von hinten Irgendwas anderes zu erwarten Oh Gott What Blatt und Größe Ist der explodiert Sah fast so aus Okay Hör ich mal Ist es time wirklich wert Will do Gut dann heilen wir dich noch ein bisschen Wenn du Healing brauchst Ist da alles wieder gut Achso das war wieder der Nightmare Kollege Was haben wir hier Okay Sonst nix Da ist noch was Skalifjord Könntest du das mal an dich nehmen Da geht es weiter Hier ist Schicht Okay gut So wo waren jetzt hier unsere Camping Supplies Wir müssen ja jetzt doch mal rasten Und ich muss schon wieder aufsteigen Hm Naja ich denke mal Wo waren die Waren die wann hier Waren die hier Hier im Camp Waren vielleicht Camping Supplies Oder war das auch schon wieder auf einer anderen Karte Äh ich hab's schon wieder vergessen Nee hier war das Richtig Ja Okay Rasten Okay So sieht dann gleich viel schöner aus hier Gut Dann würde ich sagen Ähm Was haben wir gesagt Infested Old Walls Na gut Das können wir ja jetzt noch machen Das wird ja hier in der Nähe sein Wow Das war schon weit weg Okay Na gut klar Ist an den Old Walls Ja Was wundert Mich das So was war denn hier Ja äh Äh Wisp Mag kein Feuer Mag kein Feuer Dann würde ich sagen Machen wir mal Feuer Ja Nee Alle zusammen bitte Komm her Komm her Wer hat mehr was Okay Die mögen kein Eis Okay 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 Menge Kram einzusammeln um... ...tack all... Okay Oh, wow, okay. Hier sind auch eine Menge tot. Wow, das sieht mir ziemlich groß aus hier. Was haben wir hier? Malice. Okay, können wir die irgendwie... Okay, also die können alle kein Eis ab. Da würde ich sagen, fangen wir doch damit schon mal an. So, und du gehst hier mal rum und kümmerst dich mal um die, die können keine Elektrizität ab. Äh, oh, so, bengel. Genau. So, du machst, äh, Feuer bringt bei euch nix. Du machst noch mal Eis. Und die müssen wir jetzt mal kurz aushalten hier. So, Lantry, du musst jetzt mal hier helfen. Die braucht ein bisschen Elektrosch... So, und ihr beide kümmert euch mal um den da. Okay, das hat funktioniert. Hm... Eis sind zu immun. Feuer mögen sie nicht, also kriegen sie Feuer. Quatsch. Das... Da hin. Okay. So, den letzten jetzt auch noch. Sehr gut. Wow. Okay, hier liegt eine Menge an... Wo ist das denn? Creeping Dusk. Okay. Aha, 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 aha. Der Rest kann weg. Achso, größer ist das gar nicht hier. Okay, na gut, das ist ja übersichtlich. Scarlet Notebook. A red spiral is carved upon the wooden cover of this perpureous notebook. The handwriting within it is haphazard and inscrutable. The work of an unpracticed, poorly trained wordcaster. A few entries contain recognizable sentences, and the book appears to be the journal of a Scarlet Coast commander detailing troop movements. Times and locations are noted alongside numbers and pictures of trees, stick figures, and rocks. The author either didn't know the words for lumber or people or just felt more comfortable with pictures than words. While much of the journal is inscrutable, the corner of every page has the day's headcount for the author's brigade. While some days note dozens of losses, the brigade appears to be recruiting far faster than its members are dying or deserting. Wer hat denn diese ganzen Leute hier alle umgebracht? Das sind da alles... Das ist... Das sind... Das ist Favourite, ne? Und Scarlet Chorus und alles mögliche. Waren das alles die Bane, die das gemacht haben? Oder war das der... Der Idect und das ist jetzt quasi das, was übergeblieben ist? Kann natürlich auch sein. Oder waren das die Unbroken? Neh, nur ganz schön... Ganz schön eine Leistung. So, hier ist jetzt das Wichtige drin. Richtig. Da, lass uns mal schauen, was das ist. Was überhaupt nicht passiert, wenn man seinen Arm in warmes Wasser tut. If you ever needed a sword big enough to cleave the old walls in half, that would be it. Careful where you point that thing. Achso, ach, ah, hier, hier, King Arthur. Hm, okay. Ja, aber die Titanblade war, glaube ich, größer. Nur mal so am Rande. Und das war ein ziemlich unsinniges Ding. I've seen plenty of decorative copies in my time, but this is genuine. The Bane would not have gathered around a mundane imitation. It's the real dauntless. Deftly snatching a quill and parchment land, you can sketch the sword. You'll need to hold on to it for posterity's sake, naturally. As you grow accustomed to the sword's weight... Was? Ich kann da mir überhaupt nicht umgehen. Your thoughts are drowned out by a perpetual buzz of voices. Ah, sie sagen, ermordet sie alle. Das muss unser Schwert nicht sagen, das machen wir von alleine. A fragments of inspiring speeches. Achso, glorious battle cries and the anticipation of triumph to come. The feeling subsides as quickly as it struck. Dauntless pauses in your hand, its potential desperate for release. In my hand. Okay. Your perspective is divided between holding a sword and holding a living symbol. The distinction at times grows hazy. Ja, das ist ja alles ganz schön. You acquired Dauntless. Ja, da können wir uns jetzt ein Ei draufpellen. Können wir uns das auch angucken? Ja. Starward Surge. Raise the Dauntless high. Releasing a wave of energy to stun all nearby enemies. Ja. Okay, das ist nicht schlecht, aber... Er hat kein Armor-Piercing. Okay, der ist von... On Weapon-Quid. Faux-Airway. Der war zwei Meter. Es ist nicht schlecht, aber es ist mir auch nicht so der Überbringer. Also ich muss was sagen, da finde ich das Ding hier besser. Oh gut, der Radius ist kleiner. Ähm, naja, whatever. Wir haben Dauntless und wir können alle aufsteigen. Gut, also bevor er zu blöd mag gehen, gehen wir vorher noch irgendwie, äh... Denke ich mal, aufsteigen. Ist hier... Ist hier nicht, ne? Irgendwo, irgendwas versteckt das? Irgendwo, hier vielleicht. So, das sind die Old Walls hier. Hübsch, hübsch. Ja, ziemlich kleine Location. Ja, okay, da würde ich sagen, wir werden beim nächsten Mal, ähm... Aufsteigen und danach zu blöden Markt gehen und dann würden wir mal gucken. Weil mehr Aufträge haben wir jetzt nicht. Ne? Jo. Okay. Ja, da würde ich sagen, äh, war es das für heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Tyranny. Also, bis dahin. Tschüss. T nova aus. Vielen Dank.